Direkt auch noch? Genau. Direkt auch noch, hast du gesagt? Naja, ich meine, ich dachte jetzt so Tel Aviv oder so, aber dann auch noch Jerusalem. Das finde ich dann schon ganz schön extrem. Also ich war noch nie in Israel. Soll ich rechts jetzt in die Großbeeren? Ne, links. Links, rechts. Das ist natürlich traurig, das ist ja traurig der Tag. Auf den letzten Metern bin ich wieder umsteigen. Hast du gelaufen oder was? Ne, mit der U-Bahn bin ich gefahren. Bin dann aber schon gerade vor dem Flughafen. Hab irgendwie kein Ticket gekauft und dann musste ich leider aussteigen. Ja, weil da will ich eigentlich auch nochmal hin, weil es echt so eine verrückte Stadt ist. Die Palästinenser jetzt, die bleiben da natürlich. Ach, hier 30 war es. Achso, das sind wir schon. Ja, das war schon. Ne.